Schon in einer Woche stecken wir mitten im Osterfest und die Aussichten sind förmlich zum Dahinschmelzen. Kein Witz, die Temperaturen steigen ziemlich sicher auf deutlich über 20 Grad. Ist sogar gut möglich, dass wir frühsommerliche Werte, zumindest regional, von rund 25 Grad bekommen. Und na klar, das zieht uns nach draußen. Da können wir vielleicht auch mal ein bisschen rumcruisen. Vielleicht dann auch schon mal mit der kurzen Hose, zumindest am Nachmittag, wenn die höchsten Temperaturen erreicht werden und vor allem dann auch, wenn die Sonne rauskommt. Und das hier wird die Wetterlage dazu sein. Generell haben wir hohen Luftdruck über dem Mittelmeer bis nach Südosteuropa. Die Tiefs sind weiter draußen auf dem Atlantik. Jetzt kommt es darauf an, wo in etwa die Tiefdruckgebiete liegen. Kommen die ein bisschen näher ran, wird dann die meiste Warmluft in Richtung Südosten und Osteuropa abgelenkt. Sind die Tiefs weiter draußen auf dem Atlantik, bekommen wir den ganzen Schwall Warmluft ab. Und dann würde es selbst in Norddeutschland Temperaturen von knapp 25 Grad geben. Und das ist schon wirklich zu dieser Jahreszeit außergewöhnlich. Bevor wir aber so weit sind, geht es erst einmal durch den Dienstag. Auch der bringt uns schon landesweit Frühlingswetter. Generell gibt es im Osten und im Südosten mehr Sonnenschein als im Westen. Die Temperaturen steigen verbreitet auf rund 15, stellenweise auf 17, mit Föhnunterstützung im Süden teilweise bis auf 18 Grad. Bis zu 20 Grad bekommen wir mal ganz kurz vorübergehend im Osten und im Südosten am Mittwoch. Dann zieht es sich aus Westen zu. Da kommen Regenfälle auf und die sorgen dann gerade am Alpenrand für einen krassen Temperaturwechsel. Erst rund 15, dann nur noch rund 5 Grad. Und zum Donnerstag kommt das Ganze im Osten an. Dann gibt es kurz eine Pause, bevor es aus Westen wieder von vorne anfängt mit dem Regen. Das heißt, am Freitag ist es gerade nach Norden noch wechselhafter. Aber Samstag und Sonntag, so nach dem derzeitigen Stand, werden außergewöhnlich mild und sonnig.